Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es freut mich ungemein, dass ich Ihnen an dieser Stelle unser schönes Leingarten und damit gleichzeitig die aktuell jüngste Stadt Deutschlands vorstellen darf. Kommen Sie mit auf einen kleinen Rundgang und überzeugen Sie sich selbst von der hohen Lebens- und Wohnqualität in unserer Stadt. Aktuell beheimatet Leingarten circa 12.000 Einwohner, welche sich auf die Gemarkungen Großgartach und Schluchtern im Verhältnis von circa 60 zu 40 verteilen. Leingarten ist eine echte baden-württembergische Kommune, da die beiden ehemals selbstständigen Gemeinden Schluchtern und Großgartach badisch beziehungsweise württembergisch waren. Aufgrund eines Bürgerentscheids erfolgte der freiwillige Zusammenschluss zum 1. Januar 1970 zur Gemeinde Leingarten. Der Name Leingarten war übrigens das Ergebnis einer Bürgerbeteiligungsaktion zur Namensfindung für die neue Gemeinde und ist einmalig in Deutschland. Aufgrund der dynamischen Entwicklung erfolgte zum 1. Januar 2020 die Stadtverleihung durch das Land Baden-Württemberg. Hierzu gab es am 16. Januar einen Festakt, bei welcher die Verleihungsurkunde durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobl übergeben wurde. Leingarten ist eine höchst moderne Stadt. Sie besticht durch eine verkehrsgünstige Lage zur B293 vier Stadtbahnhaltestellen an der S4 sowie ein ausgeprägtes Rad- und Fußgängerwegenetz. Man beachte auch die imposanten Kreiselkunstwerke innerorts. Im Innovationsgürtel um das Oberzentrum Hallbronn liegt es eingebettet in eine abwechslungsreiche Landschaft, welche von Feldern, Wäldern und Weinbergen geprägt wird und mit dem Naherholungsgebiet Eichbootseen unverwechselbar ist. Über all dem thront bereits von Weitem zu sehen auf rund 315 Metern Höhe der Heuchelbergturm, das Erkennungsmerkmal der Stadt. Die Konzentration auf eine kompakte Bebauung ohne räumlich getrennte Teilorte bringt kurze Wege für die Bevölkerung. Mit sieben Kitas, demnächst kommt noch ein Waldkindergarten dazu, zwei Schulen, dem Familienzentrum Mühle, zwei Pflegeheimen, ab 2021 einem dritten Ärztehaus, einer Bücherei, Jugendmusikschule, dem frisch erweiterten Museum sowie einem an zwei Tagen die Woche ehrenamtlich fahrenden Bürgerbus bieten wir außergewöhnlich viel. Sportlich ermöglichen unsere zwei Sportvereine auf fünf Sportplätzen, einem Kleinspielfeld, einer Tennisanlage mit Halle, einer Reitanlage inklusive Vereinstahl mit Halle, einem Bikepark sowie der Eichboot- und Festhalle eine Vielzahl an Angeboten, welche durch die Anlage des Sportschützenvereins ergänzt wird. Hinzu kommt unser im November neu in Betrieb gehendes Hallenbad, das Freibad, der Bewegungstreff im Freien sowie der Trimmlichpfad im Heuchelbergwald. Der Puls der Stadt lässt sich an zahlreichen weiteren Aktivitäten der Vereine, Kirchen, Hilfseinrichtungen und Organisationen erspüren. So sind unser Kulturgebäude und die Festhalle Veranstaltungsorte der öffentlichen Vereine für Gesang, Musik, Tanz und gute Laune. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und DLRG sorgen für Sicherheit in der Stadt. Ein Erweiterungsbau des DRK wurde 2020 abgeschlossen und die Planungen für einen Feuerwehrhaus Neubau laufen auf Hochtouren. Ehrenamt wird gelebt, geschätzt und mit Augenmaß unterstützt. Regelmäßig wiederkehrende Feste wie Käseritt und Gassenfest sowie Veranstaltungen wie Kultur auf dem Markt zeugen davon, dass man hier gastronomisch bestens versorgt wird und zu feiern weiß. Mit einem Vollsortimenter, drei Discountern, zwei Markttagen die Woche, Drogeriemarkt, diversen inhabergeführten Fachgeschäften von den Bereichen Haushaltswaren, Elektrofachmarkt, Optiker und Blumen bis hin zu zwei Reisebüros und viele mehr bleiben wenig Wünsche offen. Gastronomisch reicht die Bandbreite vom Bergwirtshaus mit Biergarten über gutbürgerliche deutsche, mediterrane bis hin zur asiatischen Küche. Die Landwirtschaft ist nach wie vor ein bedeutender Faktor und steht für regionale Erzeugung, teilweise auch im eigenen Hofladen. Bestimmt wird diese bei uns durch den Weinbau. Mehrere Selbstvermarkter, die Heuchelbergweingärtner und örtliche Besenwirtschaften produzieren ausgezeichnete Weine. In den Gewerbegebieten Süd und Nord finden sich zahlreiche Unternehmen mit über 4.500 Arbeitsplätzen. Elektrotechnik, Kunststoffe, Metallbau, Holzhandel, Glasbearbeitung, Fahrzeugbau, Steuerungstechnik, Hygiene, Beleuchtungstechnik, Bodenbearbeitung, Bauwirtschaft, aber auch ein Möbelhaus sowie ein Baumarkt dominieren hierbei und werden durch zahlreiche Handwerker, Fachgeschäfte sowie Händler ergänzt. Ich hoffe, dass der Funke der Begeisterung auf Sie übergesprungen ist und wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Kennenlernen von Leingarten, der jüngsten Stadt des Landes. Ihr Ralf Steinbrenner Vielleicht? Doch. Gehause. 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 Youinasечениеchlossen. Gehause. Gehause.